Ayo, was geht, Freunde, Alka, Steffel, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ninja Guide, 3 Races, das letzte Mal sind wir stehen geblieben, weiter geht's auf entspannter Basis, wir gehen rein und direkt eine Cutscene. Das stimmt, unser Vater ist ja gestorben, Digga, fuck, das ist belastend. Wie hieß die, Alter, nochmal? Momiji, glaub ich, ne? Ist das eigentlich auch ein cooler Charakter. So, da würde ich sagen, Schlachen im Hoden sind immer noch hier. Ab bitte, Junge, ihr wisst Bescheid, Alter. Nein, 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 nimm deine Pfoten von mir. So, was? Ah, guck mal, jetzt haben wir auch hier die... Dankeschön. Genau richtig, Momiji, hab ich schon richtig geraten. Ja, Mann, ja, Mann, ja, X. Ich muss aufhören. Musst du aufhören. Oh oh Autsch Lag rund Nein man Alter So 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 La Selle Geh drauf Wunderbar Schön So Sehr schön Gut diese Kombo Lag bei Seite Die 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 Meine Güte Aha, die hat auch eine Info Wild Ich habe Schwein verstanden Aber krass, dass sie das deutsche Wort ins Englisch übernommen haben Ich habe die Gefühle So, das ist ja schön. Wunderbar. Was zum Teufel? Alter Schwede, Eidon. Nice. Ja, schade. Oh, die ist komplett zuckisch, extrem. Jawohl. Kommt her, Eidon. Ouch. Yes. Wunderbar, wow, es macht Laune, Digga Nein Sehr schön Sehr schön Na, komm her Nice Da, ist er gepetzt Sie einfach nicht aufhören Komm her! Komm her! Oh, was ist die alte? Oh, lau akbar Die ganz hässliche So, ein bisschen God of War Style hier Haben die eventuell ein bisschen abgeguckt Oh Gott Aber ich sag mal so Gut geklaut ist besser als schlecht neue Runden Wie jemand so schön sagt So Achso Achso, ich muss das einschießen, Digga Ja, sag doch so Na komm Das ist das Oh, wie ist das? Oh, das ist das? Ja, ich habe gerade Ich habe gerade So, ein bisschen Heilung. Na, komm her. Wunderbar. Nice, Alter. Ja, ich nehme sie von dieser Seite. Wunderbar. Erstmal ihre Warzen spalten. Nice, schön zu zweit. Okay. Nice. Sehr gut. Komm, hau da drauf. Oh Gott, das will. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt komm. Schnell, schnell, schnell. Hacke schneiden. Hacke schneiden. Autsch. Let's go, Junge. Let's go, Junge. Let's go, Junge. Let's go, so schön. Wunderbar. Sehr wunderbar. Kaputt mit dir. Nein. Was machst du denn? Hild. Heile, Linge. Jetzt war's mit dir. Mitten auf der Stirn, Junge. Aus mit dir. Das war's 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 mit dir. Es ist nur ein bisschen, um in der Nacht zu leben. Aber es gibt Zeiten, zasami müssen wir in der Nacht die Nacht. Und sie. Oder sonst. Sehr schön. Das war's. Dann haben wir die Mission auf den Fall geschafft. Perfekt. Das Karma eines Shinobi So, dann speichern wir so auf entspannter Güftebasis ohne reden So, und wir gehen ins nächste Kapitel Momiji wurde in der Ninja Prüfung freigeschalten, sehr wild Das ist natürlich ganz wild Okay, wir gehen in die nächste Kapitel Ich habe eine Idee Ich habe mich in L.O.A. in all sorts of ways Some legal, some not You better watch it, the end doesn't justify the means So sue me, come on The facts are the facts L.O.A. has built some sort of secret facility in the middle of Antarctica Talk about suspicious, that must be their base of operations Are you sure? Give me a little credit You're talking serious brain power here So, what do you think? Well, we don't have any other leads So what are we waiting for? I'll arrange a jet Right, there isn't much time You know, you'd better wait with Kanna here on the ship You can take her where we're going So who's going in as backup? Me? Sorry, I can't become a surrogate parent forever This time you stay with her I'm a better backup for this op anyway Come on I want to play the hero here So let me Fine We'd better get you geared up then You stay here with Hayabusa I'll be right back What's this? Thanks, Kanna Feel safer with this Oh, how cute So Come in to the next mission In the Antarktis? Okay, why not? Then let's go to the next mission Ah Friesen Then let's go to the next mission Then we can go to the next mission Then we can go to the next mission Hey, Hayabusa The cave entrance is ahead You can use it to get inside their base Got it Alles klar Tag 6 Alles klar Wird you ever get cold in that get up, Hayabusa? No Nein So richtig Trocken Looks like you've been spotted Fuck you I really don't get you, Zar Wunderbar Wunderbar You're Hurenzöre You're Hurenzöre It was beautiful up until the Aesthetics Fuck you Man, do und Na, warte Her damit Jetzt kommt der Hurenzöre Jetzt bin ich auf Stufe 3 Problem ist, ich sehe nichts You better be careful in this visibility There are more Quite the welcoming part Looks like there are One Two Three Lots of hostile Good 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 There's some new model Pretty slick Good 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 No I figured it's much No 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 The meaning to pass Can you hear me? I can hear you fine The type Sackt schon Bisschen Schmerzen Das stimmt So Perfekt Das was speichern Good Yeah Maniac Bisschen Schmerzen Nein! Nein! Ja, Zelemin. Ja, Zelemin. Ja, Zelemin. Noach, Digga! Nice. Sehr wild. Ah, die ist schon wieder die Scheiße. weg mit euch, ihr ungezieschert ihr hästlichen Wissratten na komm Alter, du runde Sohn Mann, verpiss dich Ach, Fieger Oh Gott Jawohl, jetzt hab ich dich Wunderbar Weg damit Ach, Digge Nein Nein Geh kaputt Geh kaputt, ihr Selemi Geh kaputt Weg mit dir Geh kaputt Sehr schön Scheiß auf den Käfer Einfach hier nur rum Oh shit Jawohl hier Oh Uh Nice Zeh also schön Was, was, komm Herr damit Geh kaputt So Nein Geh weg Nein Us vais Ich Arbe Ja Wir Was ist das? Ja, mit euch. So. Ja, mit eurem Gliedmassen. So, so, schön. Oh, god, this way. So, komm her Geil, einfach geil Oh oh Der Dicke geht aber auch nicht drauf Nein, das gibt's auch nicht Dicke ist das dann ernst Hörlige Scheiße Machen wir mal auf den Hasen Kana? Kana, bist du okay? How many times have I told you to clean up after yourself when you're done playing? So, kurzer Cut, sorry Meine Brille Irgend so ein Shirt, das mir meine Mutter bestellt ist angekommen mit so toten Köpfe Sieht ganz cool aus Das trage ich jetzt auf entspannt Und jetzt geht's weiter Aber guck mal, hier ist ein Ein Vogel Sehr wild Was zum Teufel Oh Gott So, Runde Summen Das Stoff kratzt ein bisschen Ich glaube, weil es ungewaschen ist So Warte mal, der Stoff kratzt übertrieben So, kurz mal mein Shirt von davor Also, so viele Katschen wieder Kurz mal mein Shirt von davor angezogen Lack, verpiss dich Nein Mann, geh weg Jetzt, pass auf, Junge Jetzt kannst du gucken So, warte Hier ist noch ein ganz dicker Okay, das ist der Hier, der Ober Opa Großvaters Ziegensohn Verpiss dich Na komm Sehr schön Okay Äh, dahin Sehr gut Machen wir auf die Nasen Oh, du kannst doch keine Zwei Sekunden Soll ich den Level laufen Oder, dass hier Irgendwie, Digga Zehntausend Gegner sind Das ist schon miese Prise Oh Gott So Perfekt Und Kelp, Kelp, Kelp So Ich schleime sie mal an So, sehr schön Nein, geh weg Geh weg Wo ist der Hund Oh oh Ich fick deine Eltern Ich fick deine Eltern, Digga Wallah, der nimmt aber richtig, Digga Ich schwöre, wallah, will er den nimmt Wallah, will er den nimmt Wallahi, er nimmt Jetzt ist er down, oder? Ja, jetzt ist er down Heilige Scheiße Wie viel habe ich jetzt eigentlich wieder 162.000 Äh, hier ist noch alles gesperrt unten Aber was sind hier die Windklinge, ne? Nehmen wir hier mal Stufe 2 Langsam Ich nutze die sowieso eigentlich ganz gerne So ein bisschen geheilt Aufgemacht Sehr schön Wir sind über 35 Minuten Okay Ja, servus Nein, verpiss dich Du, Hundesohn Lack, nehm nicht Hund, Hund, Hund Er nimmt mehr als meine Schwester, Digga Sehr schön, Alter Weg mit euch hier Jetzt kommen diese Pissviesche Alter, Alter Ja, Mann Ja, Mann Du, Hund Yes, Digga Geile Kombi Du, fette Hundesohn Ja, Mann So, Alter Noch einer Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Du, Fetter Wichser Wampengesicht Warte mal Hier haben wir mal die Verdunklungshänse Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Sehr wild Sehr wild Sehr wild Und ein Vogel Nice Wir sind erst bei 39 Minuten Wir sind erst bei 39 Minuten Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Nice Ja, Mann Jetzt wieder hier durch, hä Echt Echt jetzt Und dann Ja, Mann Bin ich dumm Hä, Bro Was ist das denn? Wohin denn, Junge? Der schickt mich nur auf dieselbe Kacke Was ist das denn? Das ist ja total verwührend Das ist ja total Ja, Mann Jauer Und dann jederzege Das geht gar nicht. Boah, ich werde behindert. Wohin willst du mich denn haben? Er sagt da hoch. Okay, dann halt da hoch. Okay, ich glaube, ich bin richtig. Na, endlich. Ich kämpfe jetzt gegen mich selber. Na, ganz großartig. Warte, warte. Wenn schon, dann richtig. Drachenschwert gegen Finger des Örtzdemons. Man darf, ich vergesse es nur in der Kopie von uns selbst. So. Man. Oh! Du kannst mich Ashtier heißen, und dieser ist mein Head von R&D, Clifford Higgins. Ich bin natürlich ein Kontrakt Scientist für die Japanische Regierung, aber mein Vertrag ist die Forschung für die Lorden der Alchemy. Also bist du hinter all das? Und du hast du sein, unser größtes Obstacle, Dragon Ninja! Und du solltest du in London sterben, aber ich habe unsere Hand, als Clifford sagte, er braucht eine Samplein von deinem Blut. Du solltest mich bedanken, Hayabusa. Ich habe dein Leben geschaut, für ein wenig Zeit, zumindest. Und dank der DNA der Dragon Ninja, wir sind noch mehr zu entwickeln einen perfekten Mensch, eine großartige Angelegenheit zu unseren Blut-Line. Ihr wisst, ich bin Clifford's grandfather, Connor's great-grandfather. Sie ist eine sehr spezielle Frau. Ich brauche sie. Was ist mit Mizuki? Ist sie alive? Wer ist das? Du Mann! Oh shit, Digga. Wow. Ich bin nichtrice. Es ist ein bisschen zu sehen. Ich bin jetzt im Pal ön. Ich bin hierhergevend. Oh shit, aber ich bin hierhergevend. Ich bin hierhergevend. Aber ich bin hierhergevend. Ich bin hierhergevend. Ich bin hierhergevend. Ich bin hierhergevend, ich bin hierhergevend. damals gehabt. Das ist für mich ganz neu. Dem ist ja Hurensohn. So, sehr schön. Wir haben unser Böses nicht geklatscht. Okay. Das faszin wird verrelangeln. Die Ninja lebte sofort. Alter, was ist das schon wach? Alter, was ist das schon wach? Was ist das? Ah, gut. Ah, das war. Ja, das war. Die Welt. Heile Gämmerte Maria. Der Typ ist ein richtig hater Hurensohn. Der Typ ist ein richtig hater Hurensohn. Ich werde auf den Black-Narwal warten. Ah, ja. Let's, uh... Kranke Scheiße. Ah, wild. Wir haben es geschafft. Geil. Sehr wild. Sehr wild. Sehr wild. Sehr, sehr, sehr wild. So. Okay. Dann tun wir hier mal abspeichern. Aber sind auf jeden Fall auch gut in der Zeit. Boah, Gott. Ja, Selemi. Und da schauen wir uns das Ganze noch an. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann auch für heute in die Haier. Heiliger Zwiebelfisch. Ja, Maniak. Du Kokosnuss-Kerbenzwiebeln. Come on, come on, move! The clocking's down. Ja, das ist es. Ah, da ist sie! Geh, weg! So, mit Ayane wieder unterwegs, der Maniak. Ah gut, Jungs, ich würde sagen, wir müssen hier mal einen Cut machen, weil wir machen jetzt hier mal einen Schnitt. Das soll es für heute gewesen sein mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal geht es mit Ayane weiter. Bis dann, ihr checkt den Beats auf verschiedene Zwiebeln und haut rein.